moin moin meine lieben freunde und willkommen zurück hier bei gametesteklade ist euer rafael und ich habe heute eine weitere ausgabe unseres spieler karriere in space hier mit björn werner für euch first string left outside line maker bei den indianapolis colts und das ist natürlich schon mal eine gute sache denke ich mal wir stehen weiterhin auf 1 in der es ist auch damit qualifiziert direkt hier für die playoffs defensive statistiken braucht wir uns im grunde nicht anschauen weil wir da noch in der versenkung so ein bisschen spielen wir werden heute auf jeden fall mal die xp ausgeben und mal schauen ja was wir machen können teckel sicherlich eine wichtige sache eventuell hier sound coverage woher es brauchen wir nicht weil wir ja den spieler selber steuern man coverage finesse muss power muss es reicht wenn eins hoch ist wurde gesagt dementsprechend würde es reichen wenn wir das hier noch ein bisschen höher machen ist auf jeden fall eine wichtige sache denke ich mal haben wir jetzt overall gerade verloren das kann ich ja auf jeden fall gehen wir jetzt in die partie gegen die chargers und ich hoffe ihr habt da lust drauf ich freue mich drauf also viel spaß ich freue mich drauf spieler ein bisschen code suggestions hier geht los mit dem blitz keine lust mehr mal selber hier raus zu suchen deswegen machen wir jetzt einfach mal das was der coach sagt ja und das ist hier schon mal direkt ein tober wo alles klar wie gesagt wir hören es mal auf den coach schauen was der coach zu melden hat da war ein guter teckel aber das war glaube ich nur das ist das oder wenn er nicht gereicht um hier als einziger teckel durchzugehen das erste war anders zu spielen wir das aber ganz ehrlich coach da wechseln wir jetzt mal die richtung da wollen wir doch mal anklopfen beim lieben quarter back da haben wir direkt mal ordentlich im hit erstmal ausgeteilt das heißt hier rivers wird sich achten ist gar nicht ist worden ja der wird sich hier auf jeden fall man merken mit der was zu tun hat noch mal probiert das vielleicht nicht aus jetzt sind wir in der zonendeckung aber ich glaube hier kommt der run alles andere würde mich das kommt ja aber weiter ball und das ist die interception sehr schön herr werden davis die wanty davis ist da und fängt das ding ab schön an der 20 dabei in julak wieder ran so weiter geht's lauf durch die mitte konfermt da sind wir zu langsam oder läuft da allen davon da läuft da ein davon steht weiterhin 0 zu 0 auch das könnte hier wieder den lauf geben den gibt es auch wieder durch die mitte und es ist wirklich schwer hier für alle ja wir zonendeckung für uns 2002 schauen wir mal was der coach sich jetzt ausgedacht hat und da haben wir ihn dann noch mal erwischt sehr schön wichtig 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 von uns darauf darauf da auch da haben wir ihn fast wieder erwischt dass die nächste interception worden das ist ja unglaublich wir machen viel druck und er wirft den ball dann weg weil er kurz davor war gesetzt zu werden und dann wirft er die nächste interception das problem ist nur dass unsere defensive beziehungsweise unsere offensive da nichts draus macht aus diesen ganzen guten aktionen die wir jetzt hier schon machen ein guter lauf hier so packen wir mal den blitz aus naja der war nicht gut der war der war nicht gut aber trotzdem konnten wir ihn dann auch stoppen gut gespielt jetzt hier von den chargers aber der coach sagt hier weiter aufpassen interessanterweise wir sollen bei green bleiben in der manndeckung ja bisher weniger gemacht beziehungsweise sehr selten mal manndeckung gespielt das jetzt der erste mal hier aber gar nicht so schlecht würde ich sagen wieder cover vor second and goal könnte wieder der lauf werden das wird auch wieder der laufen der wird aber gestoppt in der mitte wir standen bis jetzt immer links vielleicht sollten wir durch die mitte oder so gehen aber man will halt auch nicht die die leine irgendwie frei machen oder so das will man hat auch versuchen möglichst zu vermeiden so ran ab mittel und es kommt aber der rand über außen damit ist das hier der touchdown 7 zu der führung für die chargers aber unsere offensive war jetzt zum glück auch mal dahin lag konnte jetzt mal was machen wieder druck der druck ist da und der mann war frei schade aber drei minuten noch in dieser ersten halbzeit und auch der ball kommt wieder gut an und über eine weite distanz man hat einen minuten klar sie wollen jetzt hier was erreichen und wieder ein guter kurzer pass also wir kommen hier jetzt nicht so richtig an den quarter weg ran bisher noch relativ unproduktiv gewesen hier jetzt hier in dieser ersten hälfte deswegen werden wir jetzt mal versuchen ja zwischen dem quarter wir gehen wir mal ein bisschen hier trouble zu machen mit dem center ist aufzunehmen ja trotzdem wieder ein freier pass ja 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 die könnten jetzt hier in führung gehen so ein dritter und ins schieß wieder schön aber denke ich daneben so 4.000 ins und das wird jetzt hier also das field goal werden für die charges aber die werden hier in führung gehen damit mit zehn zu sieben eventuell kann ja händler lag nochmal nachlegen in einem viertel händler lag kann aber nicht so sie werden sie durch die mitte gehen laufspiel das ist wieder viel viel platz also die die rushing defense ist echt nicht so stark von uns da gibt es auf jeden fall noch verbesserungspotenzial hat zu 2 startet jetzt direkt in der defensive der coach sagt blitz also machen wir folgendes wir blitzen und zwar genau da rein wo es hier aufgezeichnet ist oh gott und das wäre der teckel gewesen aber wir stolpern wir stolpern hier in der situation das kann noch nicht wahr sein es ist angenehmer mit den coach suggestions deswegen werden wir das weiter so beibehalten wieder annehmen wir sind noch ein bisschen zu langsam dafür nur dritter und sechs wieder ball durch die mitte zack kam an first down wir können hier ja nichts draus machen nicht so richtig was draus machen jetzt müssen wir sogar über die rechte seite mal kommen das ist auch komisch böser hit böser hit wenn gleich er zu spät kam er lauft durch die mitte wieder wieder neuer erster versuch glaube ich das gibt es nicht also das laufspiel funktioniert hier echt zu gut da müssen wir irgendwas machen wir bleiben bei den coach suggestions der sagt jetzt auch meistens hier pass rush für uns first down ja über die rechte seite da war natürlich jetzt platz trotzdem noch gut aufgepasst hier von branch wieder der blitz hier mit der manndeckung ich bin gespannt ob wir uns damit nicht irgendwann ein eigentor schießen und den haben wir erwischt vielleicht sogar mit einem assist hier mitgewirkt es gab zumindest ein paar xp cover for press und das ist der sack von uns fragezeichen die tackle warum tackle aber tackle for loss und den sack kriegen wir aber nicht angerechnet so vorwärts geht diesmal haben aber den sack diesmal haben wir den sack da war björn werner bumm hat mal macht an dieser stelle und zwar gewaltig und wir sind jetzt komplett hier im blitz modus drin ist es unglaublich wie der hier zu sieht dass wir hier blitzen sollen ja auch den daneben geworfen er merkt den druck den wir auf hinaus üben dritter und 17 cover vor und wir führen mit 14 zu 10 hier jetzt gegen die san diego chargers fast der nächste sack fast der nächste sack jetzt ist die o line hier massiv am kollabieren 4 minuten 40 noch 21 0 und auch hier waren wir wieder nah dran also jetzt ist hier mal richtig action angesagt björn werner läuft langsam nur ein bisschen warm so wie das hier aussieht ist ja unglaublich cover to sink ei 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 so macht es natürlich spaß so macht es natürlich spaß elf punkte hinten muss einiges passieren ah da war jetzt mal die o line ein bisschen stabiler konnte er den ball anbringen das ist eben der unterschied wenn wir genug drück ausüben dann werden die dinger ungenau wenn die o line hält ja dann kann es eher ein bisschen anders aussehen oh das war der vollstart free play free play für den kollegen würde er vielleicht annehmen das war unser problem unser fehler unsere strafe spielt gerne cover to sink so wie es aussieht ja björn am boden kein first down aber wir sind ja trotzdem auf dem aller allerbesten weg hier das ding im besten falle zu gewinnen das wäre der siebte saison sieg dahinten ist aber noch ein kleiner weg jetzt müssen wir über die rechte seite kommen auch das interessant werden wir natürlich probieren hier umzusetzen ja der ball kam an neuer erster versuch drei minuten 20 ab durch die mitte wieder komplett aber er muss schnell werfen er hat nicht so viel zeit zum überlegen mit der real screen beinahe wieder der vollstart hier von uns und der ist auch wieder komplett ganz ganz kurz geworfen war aber jetzt hier vielleicht auch die beste entscheidung gewesen wieder cover zu sinken wie gesagt der spiele coach lässt das hier ganz gerne spielen 27 jahre brauchen sie noch um hier vorwärts zu kommen und auch der war wieder komplett ab durch die mitte sagt er sich 15 noch wichtig ist die jungs jetzt hier auch ja ein bisschen bei lange zu halten was die zeit angeht das heißt wir müssen jetzt versuchen sie möglichst viel zeit von der uhr nehmen zu lassen und das war unser versagen das war unser versagen der touchdown geht aber mal sowas von auf unsere kappe das ist bitter das ist mehr als bitter das ist richtig ärgerlich 2 yards 2 point conversion und der ist der ist gut und jetzt wird es ein enges ding so jetzt müssen wir das ganze verteidigen jetzt wird es eine ganz ganz hässliche nummer das kann nicht wahr sein das kann doch jetzt echt nicht wahr sein oder wieder genügend zeit der kommt an die brauchen doch nur ein field goal und die sind hier auf dem besten weg sich genau das zu holen wir kommen jetzt hier über die rechte seite haben wir hier ein overload drin und der kam an der komm 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 interception ja ja wir bringen ihn zum pass wir müssen ihn unter druck setzen und er lässt sich unter druck setzen wirft das ungenaue ding und damit holen wir uns in dieser partie hier den sieg yes 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 das war wichtig dann mal guten druck ausgeübt und dann wirft das ungenaue ding sehr schön wir haben kein sack glaube ich ach doch den einen haben auf der rechnung den zweiten haben wir nicht angerechnet bekommen das war glaube ich hier nur ein tackle den wir bekommen haben trotzdem wieder ein bisschen produktiv gewesen auf jeden Fall in diesem part das freut mich und vor allen Dingen freut mich natürlich noch mehr dass wir hier dieses ding am ende des tages gewinnen konnten und wir gucken uns wie immer jetzt erstmal die defensiven ja statistiken an ja und bei tackles total sind wir immerhin auf platz 3 nach branch der beste in unserem team und jetzt müssen wir da nochmal hingehen habe ich mich verguckt hier tackles for loss da gab es nur attache der hatte 2 dann kamen wir schon 6 hatten wir anderthalb jawoll sehr schön das heißt da waren wir der beste spieler hier in dieser partie anderthalb 6 dazu gibt es noch 3 tackles und 2 nee 3 assists 2 solo tackles das heißt 5 tackles anderthalb 6 das ist eine gute sache das reicht aber sicherlich wieder nicht für den player of the week ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen beim zuschauen würde mich natürlich wie immer über ein like freuen wir sehen uns im nächsten part spätestens wieder ihr checkt jetzt noch bitte facebook twitter links und namen unten in der beschreibung da würden wir uns riesig drüber freuen wenn ihr da mal vorbeischaut und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten video wieder vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer raphael von game testicle hd